Auch am Beginn des Börsenjahres 2016 müssen wir über die Zinsen sprechen. Denn während in Europa die Geldpolitik extrem locker bleibt, wagt die US-Notenbank FED die Zinswende. Welche Konsequenzen sind daraus zu erwarten und wie sollte sich der Privatanleger darauf einstellen? Fragen dazu an Peter Schneider. Er ist Vorstand und Vermögensverwalter bei Schneiderwalter & Kollegen aus Köln. Wir müssen erst mal die Ausgangslage sondieren. Wie bewerten Sie denn die fast gegensätzliche Geldpolitik der Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks? Ja, Herr Freinig, wir hatten im Dezember letzten Jahres zwei wichtige Notenbank-Sitzungen. Das war die EZB, die Europäische Zentralbank, die am 3. Dezember tagte. Und am 16. Dezember war die FED, die amerikanische Notenbank, dran. Beide machten was eigentlich Unterschiedliches. Die Amerikaner erhöhten seit nach sieben Jahren Nullzinspolitik. Erstmal ist die Zinsen um 0,25 Prozent, stellten sogar auch weitere Zinserhöhungen in 2016 in Aussicht. Die EZB dahingegen blieb weiterhin locker in ihren Maßnahmen, hat das Anleihekaufprogramm um mehrere Monate verlängert, indem jeden Monat 60 Milliarden an Euro Staatsanleihen aufgekauft werden. Und das soll noch bis März 2017 der Fall sein. Das war die eine Botschaft. Die andere war, dass der Zins, zu dem die Banken ihr Geld bei der EZB deponieren, mittlerweile ja ein Strafzins geworden ist. Und dieser Strafzins von minus 0,2 ist auf minus 0,3 erhöht worden. Also nochmal eine maßgebliche Verteuerung für die Banken. Das sind offengesagt relativ komplexe Zusammenhänge, die nicht jeder Privatanleger so ohne weiteres versteht. Da muss man sich doch aber eigentlich auch gar nicht wundern, dass die Menschen da draußen sich gar nicht mit diesen Zusammenhängen beschäftigen wollen und ihr Geld lieber zu Nullzins auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen, oder? Das ist richtig, denn laut Bundesbankstatistik reden wir immer noch von 2 Billionen Euro, die im Spargeldbereich, Tagesgeld, Festgeldbereich liegen. Nun, haben die Menschen einfach akzeptiert, dass es Mini- oder Nullzinsen gibt, haben aber angesichts der Schwankungen im vergangenen Jahr vielleicht auch die Ruhe und sagen, naja, ich habe nichts falsch gemacht, mir ist nichts verloren gegangen. Allerdings möchte ich diesen Menschen zurufen, dass wir auch diese Negativzinsen, die die Banken jetzt ja erhöht bekommen haben, sich möglicherweise auch verstärkt bei den Privatkunden wiederfinden. So manch einer hat schon von sogenannten Aufbewahrungsgebühren gesprochen. Das heißt, das Tagesgeld muss nicht nur zu Null vielleicht angelegt werden, sogar mit Negativzins. Und das sind natürlich dramatische Aussichten für den Sparer, der ja eher den positiven Zins gewohnt ist. Wenn ich die Frage vielleicht noch etwas anders stellen darf, Herr Schneider, haben die Sparer aus ihrer Sicht noch die nötige Zuversicht, das nötige Vertrauen in die Politik der Notenbanken und vor allen Dingen auch in die Staatsanleihen? Also ich denke, das Vertrauen ist weiterhin gegeben. Wir sind ja auch in einem sehr guten Rechtsraum hier, insbesondere in Deutschland. Ich gebe Ihnen aber mal ein Beispiel aus Italien. Im November letzten Jahres noch wurden dort vier Regionalbanken in einer Hauruck-Aktion gerettet. Man sprach von einer humanitären Aktion für die Sparer. Leider hat das ungefähr 800 Millionen Euro Geld gekostet, die Sparer. Das waren also kleinere Volksbanken-Sparkassen im italienischen Bereich. Nun will ich nicht sagen, dass Deutschland Italien ist oder Italien ist nicht Deutschland, aber man muss sicherlich wachsamer sein. Man muss auch wachsamer sein, was die Bankenaufsicht reguliert, was dort mit dem Einlagensicherungsfonds Reduzierungen stattfinden. Also am besten sich nicht nur eine Meinung bei seiner Hausbank einholen, sondern mehrere Meinungen, mehrere Gespräche führen, auch mit uns unabhängigen Vermögensverwaltern. Sie versuchen die Marktrisiken natürlich auszuschalten oder zumindest zu minimieren, aber das können Sie natürlich auch nur in begrenztem Maße. Wie machen Sie das? Wie versuchen Sie das zu minimieren? Ja. Wir haben seit fast fünf Jahren eine Entscheidungsmatrix, die wir erprobt anwenden. Das heißt, wir nehmen die ganzen Zinsinstrumente, die es gibt, Staatsanleihen, Vernehmensanleihen und so weiter, und nehmen dort eine Reihe von Kriterien an die Hand, klassifizieren diese Chancen, Risiken und führen das Ergebnis, ganz wichtig natürlich nach Bonitäten und nach Renditevorteilen, in einen Korb zusammen. Da landen dann ungefähr 60 bis 80 Instrumente und in diesem Korb geht es darum, dass wir ein optimales Chancen-Risiko-Verhältnis haben. Also konservative Teile mit chancenreichen Teilen, sodass wir wie in den letzten Jahren schon mal die 3% plus für die Anleger erreichen konnten in der Ausschüttung. Jetzt haben wir das Wort Risiko mehrmals in den Mund genommen. Wo glauben Sie denn, könnten in diesem Börsenjahr Risiken lauern? Die Risiken sind sicherlich aus dem Rohstoffsektor nicht zu vernachlässigen. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass der Ölpreis sich gedrittelt hat in einem Jahr, dann muss man mal einen Blick auf die Emittenten dieser ölproduzierenden Unternehmen werfen, denn die Anleihen sind ja auch betroffen. Das heißt, die Aktiengewinne sinken oder gehen ins Minus, das sieht man an Aktienkursen. Aber auch die Anleihen sind vielleicht gefährdetär, muss man sagen, was die Bonität und die Rückzahlung angeht. Also auch ein ganz wichtiger Aspekt, Rohstoffe sind sehr vielfältig vertreten im amerikanischen Bereich über die Fracking-Industrie. Da sind schon einige Insolvenzen vorgekommen, aber auch auf große Institute muss man achten. Und da sind wir halt sehr risikoavers. Gleichzeitig sucht man aber natürlich auch die Chancen und der Mix macht es dann aus. Also jetzt das Fazit. Wir haben viel gehört zum Thema Zinsen, Notenbankpolitik etc. pp. Welche Erwartungen haben Sie ans Börsenjahr 2016 speziell für Ihr Feld? Also man muss ja auf die Eingangssituation zurückkommen und sagen, die Zinsen steigen und die Zinsen sinken. Also wir haben beides. Und dieses Spannungsfeld würde ich mich darauf vorbereiten, dass das bei den Bundesanleihen keine Einbahnstraße ist. Vielleicht gibt es wie im Jahr 2015 auch mal eine Hauruck-Aktion, dass die Zinsen spontan anspringen. Dann muss man dafür gewappnet sein, darf nicht sorglos reinschauen und in dieser Mixtur zwischen ausreichender Vorsicht und dann auch die Chancen zu suchen. Denn das, was ich gerade an Risiko bei den Rohstofftiteln gesagt habe, die Anleihen diesbezüglich, wir reden immerhin von 6 bis 8 Prozent Renditen teilweise in dem Bereich und auf Euro-Basis wohlgemerkt. Also das Mix wird es sein und wir wollen ja quasi immer mit geringer Wohler uns wohler fühlen. Also wir wollen in der Mixtur ruhiger schlafen können und die Investoren sollen dann weiterhin trotzdem eine kontinuierliche Ausschüttung bekommen. Ich glaube, Einsatz hat es ganz gut getroffen. Die Zinsen steigen und die Zinsen sinken und das heißt, es bleibt komplex und deshalb ist es wichtig, dass wir jemanden haben, der das gut erklärt. Und das haben Sie getan, Peter Schneider, Vorstand und Vermögensverwalter bei Schneiderwalter und Kollegen aus Köln. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Sehr gerne.